heute geht es um das thema flüchtlinge sind um 50.000 prozent krimineller als als deutsche und ja und auch der krieg der freimaurer loschen und was ich noch sagen wollte ich verstehe mich jetzt wieder mit ken jebsen wir haben uns ausgeredet und ja und diese ganzen jetzt möchte ich mal was sagen ist der ganze trolle auf meinem kanal bitte verpisst euch von meinem kanal ich muss diese ganzen antisemitischen kommentare immer löschen das ist ein wahnsinn so jetzt will ich euch hier was zeigen ach von an das ist das schon wieder mit dem internet so ich habe das video habe ich jetzt schon fünf mal aufnehmen müssen und das geht mir wirklich am arsch das ist wirklich so mies dass ich die videos fünf mal immer aufnehmen muss und mein badawan schüler die man knechte der immer die verschwörung in der verschwörung sucht aber ich will nicht sagen denn er hat ja einen der anschlag in frankreich vorausgesagt freunde ja freunde und jetzt habe ich halt ein neues konzept für ein euro im monat könnt ihr eine whatsapp gruppe gründen wo ihr diskutieren könnt und ich einmal im monat euch einen daumen hoch gebe für 100 euro im monat könnt ihr da könnt ihr auch mit mir streamen und so weiter und für 500 euro im monat das ist ja wirklich ein toppreis den ich euch hier mache da könnt ihr das ist schon extra leckerli für euch weil ihr seid ja meine kleinen wunde wenn eine kleine schäfchen und da könnt ihr wenn ihr wollt zwei wochen gratis zwei wochen auf meiner hasienda ist auf diesen männer männer bunkeranlage in den philippinen hier wohnen das ist wirklich sehr sehr schön und ja was wollte ich endlich noch sagen habe ich wieder vergessen denn ich glaube auch wieder zu viel marihuana hier auch da muss ich aber aufpassen was ich das sage so die man ist ja verlammten trolle ihr seid keine journalisten journalisten bedeutet in journalist ich war auch nach journalistenschule okay ein journalist bedeutet recherchieren und ich recherchiere und ihr macht nichts die treue schreiben immer drunter das und das ja nicht ja dann verpasst ich von meinem kanal geht doch zu jepsen aber kommt nicht immer der hat nicht die man mich voll mit der verdammten kacke wie ist das egal ich habe schönes leben ich mache ab und zu stream lebe auf den philippinen ob mir hier ein paar häuser gebaut und was so so asien das die vermiedlich und ich bin reich und ihr seid aber was ist ich bin ich vertretene lieber der riesen lieber der riss muss ich bin lieber der war das wisst ihr aber ich schreibe auch für gewisse zeitungen aber leute den staat abschaffen ist komplett blödsinn aber das dürfte ja nicht sagen aber ich bin lieber der war so wie viele lieber wäre es einfach sind und wenn jetzt kommunisten auf meinen kanal kommen oder irgendwelche trolle bitte verpisst euch da bist du von meinem kanal ich bin oliver janich und wir sehen uns bei der nächsten besser schau schöne grüße auch ken jebsen die fordere liegt seine wort gefecht daraus leute das war's bis ciao